So, heute mal zu einem ganz anderen Video und zwar zu einem Live-Duell. Und zwar, wir haben hier heute die Legendary Deck 2 Box und Kart-Journalist. Hi! Und ja, wir wissen selber nicht genau, welche Decks hier drin sind, beziehungsweise wir wissen schon welche Decks, aber nicht welche Karten. Und jeder sucht jetzt gleich eins davon aus und dann machen wir einfach ein Fun-Duell. Genau. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Box ab. Und wir haben keine Städte dabei, aber das ist egal. Selbstmachstanz. So, wir öffnen es einmal. Oh! Damn! Die Sondergarten lassen wir mal weg. Wow, hier haben die Köttergarten gleich vorne dran. Kann man die spielen, ne? Geil! So, lass die fahren wir weg. So, wir haben drei Decks. Blue Eyes, Yugi und Joey. Ja, wie werden wir? Schnick, schnack, schnuck oder? Du darfst als erstes fehlen. Okay, dann würde ich gerne die nehmen. Weil es dann einfach einfach cool ist. Okay, ich nehme dann Blue Eyes. Gut. Okay. Cool, cool. Also ich würde sagen, wir mischen einfach und machen dann einfach Start. Also ohne, dass wir uns das Deck angucken, wenn wir es aufkriegen. Ja, da gibt es so eine Schlaufe irgendwie oder so ein Ding, wo man ziehen kann. Ja, jetzt habe ich es. Ich habe sie nicht gefunden. So. Sehr gut. Wir müssen eigentlich einen Extradeck haben. Oder ich habe zumindest einen Extradeck. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe einen Extradeck. Oh, darfst du ihn noch sehen? Oh mein Gott, das ist awesome. Jetzt guckst du ja doch durch. Ach, darf ich nicht? Oder? Ja, du musst Extradeck warten und Token rausnehmen. Spielmarke. So. Das ist so nice. Oh, das ist sortiert. Also müssen wir Peil shoppen. Ja, ja. Boah, das ist ja ein richtig funktionierendes Deck, Alter. Krass. Okay, so, dann Peil shoppel ich mal. So. Ist der jetzt irgendwie größer als meins? Weiß ich nicht. Okay, Läderpann lang. Äh. Ich durfte das Deck bellen, jetzt kannst du an der Seite. Dann ein gutes Spiel. Ja, viel Spaß. Das wird lustig. Oh Gott. Oh Gott. Was kann die? Oh Gott. Ich muss leider eben lesen. Ja, also die Karten sind echt alte, also ne? Ich hab voll die neuen, also. Okay, heftig. Wir lesen so die Karten so. Äh. Okay. Also ich hab einen Spielplan auf jeden Fall. Ich nicht. Ah, okay. Ja, okay. Du. Was? Dann zieh ich. Okay, okay, okay. Dann beschwöre ich jetzt einfach mal den Traumaturgist der Qualen. Ne, Taumaturgist. Alles klar. Was ist das? Okay. Okay, also scheinbar kann ich jetzt eine Zauberzellmocker auf die Karte packen, wenn ich eine Zauberkarte aktiviere. Alles klar. Ähm. Und dann kann er nix. Okay. Ja, ich dachte schon, der kann irgendwie Breaker, so. Ne, ich glaub ich nicht. Ne, er kann doch auf jeden Fall Monster irgendwie den Angriff in die Gier runterschrauben. Irgendwie sowas in der Art. Ne, ist schon okay. Ähm. Ja. Angriff mit 1400. Ja. Der kriegt keinen Boost, ne? Ne, ne, scheinbar nicht. Ja, das ist super schade. Ich kann halt nur, ähm. Vielleicht bei 6,6. Alles klar. Oh, der kann sogar ein Monster zerstören theoretisch gesehen, aber okay. Dazu kommt es eh nicht. Dann setze ich eine Karte und dann setze ich noch eine Karte und dann bist du. Ja, das treibt dein Leben. Oh, ein Monster. Ich kann spielen. Sieht man eigentlich die, im Prinzip, wenn du noch weiter reinrücken würdest, dann sieht man sogar in dieser Perspektive die Handkarten von dir. Und wenn ich, glaub ich, so mache, dann sieht man, glaub ich, die von mir. Set. Das ist ja auch gut. Ah, dann siehst du es ja. Du bist dran. Ein Monster Set, du. Okay. Warte, dann. Jetzt kommt MSD oder so. Genau. Also in der Endphase aktiviere ich magiertige Dimension. Dann muss ich den Hexer jetzt das Tribut anbieten. Ja. Und speziell für jetzt den Hexer von der Handkarten. Ja, das ist der Magier. Ja, okay. Und jetzt Effekt. Ja. Kann ich nur ein Monster zerstören. Ja, okay. Antike Lampe. Rippen. The Raw Face. So. Ja, was habe ich noch hier? Gar nicht so viel. Ha. Battle Face. 2-5. Oh, ich gewinne. Ich bricke, man. Ich filme Monster, was gut ist. Und du bist. Let's see. Oh my god. Du willst. Echt? Oh damn. Du hast es schon gesetzt. Ja, ich lese mit dem Refekt. Okay. Du bist dran aber. Oha. Alter. Alter. Äh. Boah, voll gut. Okay, holy shit. Äh. Hm. Battle Face. Ja. Was ist das? Effekt. Was? Wenn er auf den Friedhof gelegt wird, darf ich einen Drachen speziell beschweren. Speziell für Tigerdrache. Okay. Der hat nur 2-4, aber das warst du noch so ein Gefühl. Ja, da bist du. Echt? Ich bin damit da? Ja. Aber shit. Zu spät gezogen. Ähm. Verdammt. Das klappt alles nicht. Ich muss doch irgendwas machen können. Ich bin voll aufgeschmissen. Ich gewinne die Power des dunklen Magias. Wo ist dein blauäckiger Weißrachriff? Nur der kann jetzt gewinnen. Gegen den Allmächtigen. Ich glaube, diese neuen Fallen und Zauber habe ich nicht. Ich glaube, ich habe sie gar nicht entdeckt. Also, ich habe sie gerade nicht gesehen. Okay, ich beschwöre Beschützer mit den blauen Augen. Nutze seinen Effekt. Jetzt darf ich einen Empfänger Stufe 1 spezial beschweren. Spezial beschwöre ich ihn. Ja, sie kann ausrüsten. Ist jetzt erstmal nicht von Bedeutung. Ist das alles okay, soweit? Ja, ist alles okay. Okay, dann möchte ich gerne seinen Effekt nutzen. Ist das okay? Ja. Dann darf ich sie auf den Friedhof legen. Warte, du kannst den Effekt machen, du kannst das nicht. Lege sie auf den Friedhof, falls du siehst, beschwöre ihn. Achso, warte. Ja, genau. Dann fange ich sie weg und beschwöre den Drachen Spicen. Und wenn er hier spezialisch schon wird, darf ich eine Backrow ballern. Und dann baller ich dir die weg. Nein, was? Ja, sehr nice. Und gehe ich jetzt in Synchro? Ach, Mann. Das war... Gehe ich in den Doppelkill oder gehe ich in Synchro? Ich kann das sogar synchronisieren. Richtig krass hier. Ich glaube, ich gehe wirklich in Synchro. Das ist 9. Mhm. 3.000 Death, Buddy und du bist. Okay. Oh mein Gott. Heftig. Jetzt muss ich überlegen, ähm... Na, gibst du schon auf, Yogi? Ah, das ist echt nicht so schön. Wie komme ich denn in Star-Wand vorbei? Ähm... Du hast Wiedergeburt. Interessante Karte. Habe ich? Du guckst deinen Friedhof an, das ist natürlich, hast du. Ich verstehe im Endeffekt überhaupt nicht irgendwie. Den Zweiten... Egal, dann lass ihn einfach. Ja. Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Hm. Ja, ey. Du bist. Echt? Ja. Danke, dass du meinen Drachen nicht angreifst. Ich glaube, jetzt 2.4. Ach so! Ah, was? Ich habe es verges... Oh, nein. Effekt von ihm? Ich kenne dich mit Serbischer. Ach Gott. What effect? Das habe ich voll vergessen irgendwie gerade. Wir werden doch sogar gebändigt, oder? Ja. Ja. Ihr Schummler. Ja, für Weiß. So. Set deine Karte. Und Battleface. Double Kick. Direkt, direkt. Ja, jetzt der Charme bei dir. Wahnsinn, ey. Es sind 4,9 Charme. Ich dachte, ich hätte gewonnen, aber... Der ist echt zu stark jetzt gerade. Ich dachte, ich hätte gewonnen. Aber der ist echt zu stark jetzt gerade im Drachengleis. Und... Dann bist du. Oha. Das wäre jetzt so gut gewesen, aber ich kann ihn einfach nicht beschwören. Hm. Nur Bricks auf der Hand. Ja, ich habe gesagt. Ich habe einfach so viele Tributmonster und so. Ach man. Hallo, ich habe auch erst mal so unnütze Karten gezogen. Ich habe Lampe gezogen und alles. Erst mit den Geisten, äh, Drachen ging das ja wieder ab. Hm. Ja, los. Ich kann echt nicht so viel machen. Dann setz dann lieber ab. Normalbeschwörung. Halt. Naja, okay. Kommt jetzt irgendwas weg? Ja, und jetzt? Ja, jetzt, äh... Jetzt kommen wir zu einer Ausrüstungskarte. Ich hatte es schon mal besser gekannt. Ja, leider hat keine Keys dabei. Ja, das tut mir aber leid. Und dann? Ja. Was? Tribute zählen. Nein, du weißt nicht. Nein. Okay, der 1000 ATK jetzt, ne? Ja, um Notverteidigung. Achso, okay. Und was soll das sein Effekt? Ich kann die Notverteidigung mit mir selber schon, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Und was kann denn? Nichts, oder? Oder kann er doch was? Äh, ja. Die kann eigentlich... Die kann zerstört werden durch Kampf auf jeden Fall. Ja, super. Bleibt halt durch Karteneffekte unberührt, aber... In der Endphase kann ich halt... ...die wieder auf die Hand zurücknehmen. Krass. Okay. Finde ich? Ja. Effekt! Was willst du tun? Hm. Das ist schon stark. Ja, das würde ich auch brauchen. Äh, dann... ...nurzt ja gar nicht mehr so viel. Ja. Dann gehen wir in die Battleface. Ja. Dann greifen wir an, aktivieren Fancontroller. Waaah, ist klar. Und dann ist die, der Angriff. Angriff? Anni, die ist ja unberührt. Ja, das stimmt. Oh, okay, dann geht die Grave. Ha, Angriff. Und es ist trotzdem game. Ja, ich glaube auch. Okay. 1-0. Zweite Runde. So. So. goggles. Also.